Wir haben eine Vielzahl von Ängsten, die geschürt werden, die im Körper die gleiche Reaktion auslösen, wie damals im Neandertal, das Rascheln im Busch. Nichts ist lebensverkürzender als dieser Stress. An den Folgen der Autoimmunerkrankungen, den sogenannten Silent Inflammation Erkrankungen, sterben letztendlich 80% aller Menschen. Stille Entzündung, das ist das Thema unserer Videoreihe mit Dr. Ingfried. Hobert und wir alle von uns erleben tagtäglich Stresssituationen. Das sind kleine oder große Stresssituationen im Privaten wie im beruflichen Umfeld und tatsächlich stehen eben diese Stresssituationen auch mit stillen Entzündungen, mit Silent Inflammation und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Hobert. Lieber Ingfried, herzlich willkommen. Ja, Klaas, ich grüße dich. Ja, Thema Stress. Das ist natürlich irgendwo ein ziemlich ausgelutschtes Thema. Jeder redet von Stress, jeder fühlt sich gestresst. Man liest es in allen Zeitungen und Zeitschriften. Oftmals werden dann fünf Tipps gegen Stress auch dann empfohlen. Wie kommt das, dass uns dieses Thema immer wieder und permanent beschäftigt? Ja, es ist jetzt wieder ganz neu entfacht, dieses Thema, weil wir festgestellt haben, dass die Telomere, unsere DNA-Einstücke, darüber bestimmen, wie lange wir leben. Und man hat festgestellt, dass der Stress der Faktor ist, der am schnellsten diese Chromosomen-Endstücke sozusagen wegnagt. Das heißt, nichts ist lebensverkürzender als dieser Stress. Das heißt, eine Adrenalin-Dominanz, die wir so erklären können, dass unser System im Neandertal ja mal gelernt hat, wenn es im Busch raschelt, dann sofort Cortison, Adrenalin auszuschütten, damit sofort die Muskeln sich anspannen, der Blutdruck hochgeht, der Puls hochgeht. Damit wir so schnell wie möglich weglaufbereit oder kampfbereit sind. Das ist so vorgesehen. Nur das Problem ist, dass so viele Jahrzehntausende später sich dieses System nicht verändert hat. Das heißt, was früher der Sägezahntiger im Busch war, ist heute der Gedanke im Kopf. Ob das der Gedanke ist an den Krieg, an den Klimawandel, an die Politik, an die Viren, die so immer wieder gerne in den Nachrichten verbreitet werden. Also wir haben eine Vielzahl von Ängsten, die geschürt werden, die im Körper die gleiche Reaktion auslösen, wie damals im Neandertal, das Rascheln im Busch. Das heißt, unser Körper reagiert auch mit Autoimmunreaktionen. Das heißt, Antikörper werden ausgeschieden, weil im Neandertal war es so, wenn es zur Verletzung durch den Sägezahntiger kam, mussten sofort entsprechende Immunstoffe, Antikörper, schon vorproduziert sein, um sofort Einbringlinge zu bekämpfen. Jetzt werden die heute plötzlich schon produziert, wenn nur die Schritte vom Chef draußen vor der Tür erklingen. Die Schritte reichen schon aus, der Gedanke, dass gleich die Tür aufgeht, reicht schon aus und dasselbe Programm kommt in Gang, wie damals im Neandertal. Und das bedeutet, wir sind überflutet von Antikörpern, immer wieder aufs Neue und die paaren sich jetzt mit dem Stress, der durch die Nahrung in unseren Körper zukommt. Das sind ja auch alles dem Körper sehr unbekannte, sehr unnatürliche Faktoren, immer mehr. Dann kommen Medidikamente dazu, dann kommen Giftstoffe aus der Umwelt, Pestizide, Chemikalien, Weichmacht, Schwermetalle, all das löst Stress aus mit den gleichen Reaktionen an die Körperbildung. Und deswegen schießen die Autoimmunerkrankungen in die Höhe und an den Folgen der Autoimmunerkrankungen, den sogenannten Silent Inflammation Erkrankungen, sterben letztendlich 80 Prozent aller Menschen. Ich habe mir jetzt ein Wort gerade gemerkt und das war Adrenalindominanz. Kannst du vielleicht das nochmal einmal etwas näher beschreiben, was es damit auf sich hat? Ich stelle mir das so vor, dass wir unsere Vorfahren auch früher Stresssituationen hatten, aber die waren nur von relativ kurzer Dauer und sie waren vor allem auch real und nicht eingebildet. Und unsere Vorfahren hatten weder Zeitung noch Telefon oder andere Dinge, die ihnen vielleicht auch nur suggeriert haben, dass da Angst oder Stress passiert. Und sie hatten vor allem, ja, so nehmen wir an, relativ lange Phasen, um sich davon wieder zu erholen. Ist das das, was du mit Adrenalindominanz meinst? Genau das ist das. Es kommt ja heute noch dazu, der Stress durch die vielen anerzogenen Lösungs- und Lösungsversuche mit Problemen, mit Herausforderungen umzugehen. Das hat dazu geführt, dass wir bei Lösungsversuchen schon in der Kindheit Überlebensstrategien gewählt haben, die uns bis heute nachhängen, wie Klebstoff, der an uns klebt. Das heißt Schmerzvermeidungsstrategien aufgrund von Glaubenssätzen, die sich so eingefressen haben, dass viele Menschen durch die Erziehung, Gerald Hüther beschreibt es so schön, diese objekthafte Beziehung, Erziehung, dass Menschen sich sehr stark im Mangel befinden und glauben, sie müssen besonders lieb sein, sie müssen besonders nett sein, sie müssen besonders perfekt sein, sie müssen für alles die Verantwortung übernehmen. Also das Leben ist gespickt von, ich muss, ich muss, ich sollte, ich muss und muss. Und dann muss ich noch meditieren, dann muss ich noch Sport machen, dann muss ich mich noch um die Ernährung kümmern und das und das und das. Das heißt aus diesem Mangelbewusstsein heraus, aus diesem fehlenden inneren Anke heraus, dass ich erkenne, ich muss eigentlich gar nichts, außer vielleicht Steuern bezahlen und irgendwann sterben. Es ist verloren gegangen, auch der Gedanke, dieses Grundvertrauen, dieses Urvertrauen, dass ich einfach weiß, ich bin von innen von tiefer Weisheit, von vielen tiefen Schichten in mir getragen. Und weil so viele Menschen diesen inneren Anker verloren haben, versuchen sie krampfhaft im Außen Dinge zu finden, zu organisieren und das ist eine andere Form von Stress. Mit Stress ist nicht gemeint, zu viel auf einmal, sondern oder zu viel Arbeit. Stress entsteht aus meiner Sicht auf einer ganz anderen Ebene, ist viel breiter aufgestellt, viel subtil. Stell dir vor, die vielen Menschen, die übergewichtig sind, ständig unter dem Stress stehen, ich darf nicht, ich sollte, ich muss. Das ist ein Dauerstress, der aber das System permanent noch mehr in die schleichende Entzündung reinbringt. Also da kann man ganz, ganz viel drüber erzählen. Das sind ganz spannende Zusammenhänge und da gibt es auch Ausüben, wie man da rauskommt. Ja, da fällt mir tatsächlich ein, man sagt ja so salopp zu jemandem, so Mensch, jetzt halt doch mal die Luft an, jetzt komm mal runter, erst mal tief durchatmen. So diese, ja, Volksweisheiten sind es eigentlich, man nimmt es eigentlich so unreflektiert in den Mund. Und was ist da, was ist da dran, Thema Stress und Atmung? Oh, unglaublich viel. Atmung ist eigentlich der Schlüssel zum Leben. Das ist unser erster Atemzug, unser letzter Atemzug. Und dazwischen sagt man, hat man eine bestimmte definierte Zahl von Atemzügen, so spekulieren die alten Weisheitstraditionen Indiens und Chinas. Und ein entspannter Mensch ist ein ruhiger Mensch und er atmet tief, er fühlt einen Anker in sich, er ist gleichmütig, er ist gelassen und er macht wenige tiefe Atemzüge. So ein Mensch hat, wenn ich da Blut abnehme, ein hellrotes Blut, wenn ich dann eine Sauerstoffpartialdruckmessung mache, hat er 99 Prozent. Wenn ich sehe, wie dann sein Stress-EKG aussieht, sehe ich, dass er einen hohen Vagus-Tonus hat, einen niedrigen Sympathikus-Tonus. Und umgekehrt sehe ich den Patienten, der reingehastet kommt, der von ganz vielen Terminen kommt und noch weiter zu ganz vielen Terminen muss. Der hat bei der Blutabnahme knallschwarzes Blut. Wenn ich seinen Sauerstoffgehalt messe, liegt er bei 92, 93, 94 Prozent. Wenn ich das Stress-EKG anlege, wo ich Vagus und Sympathikus-Tonus messe, hat er eine Adrenalindominanz und sein Vagus-Tonus ist am Boden. Und dementsprechend ist seine Stimmung und seine Atmung. Das fröhliche, das hellrote Blut hat der, der entspannt ist, der dadurch automatisch tief atmet. Das gestresste Blut hat der, der oberflächlich atmet. Und die oberflächliche Atmung bringt übrigens nur 300 bis 400 Milliliter Luft in den Körper rein. Während das entspannte Atmen, das sich dann einstellt, wenn ich einfach meinen Atem nur beobachte, ganz präsent und im Hier und Jetzt bin, dann dehnt sich der Atem automatisch auf zwei bis zweieinhalb Liter aus. Das heißt, fünfmal so viel Sauerstoff kommt in den Körper rein, fünfmal so viel Kohlendioxid, Giftstoffe, Säuren werden ausgeschieden. Und daran sieht man, wie wichtig die Atmung ist und wie hilfreich es ist, sich mit der Atmung mal ausführlich zu beschäftigen. Und dem Vagus-Nerv natürlich, der durch die entspannte Atmung massiv nach oben gebracht wird. Und der Vagus ist ja der Dirigent des inneren Körpergleichgewichts, der Selbstheilung, der Regeneration und wohl dem, der mit diesem wichtigen Helfen Hand in Hand durchs Leben gehen kann. Also Atmung etwas, wovon viele sagen, Mensch, tue ich ja ganz von alleine und ganz automatisch und die einen atmen so und die anderen so. Das ist schon etwas, was wir durch regelmäßiges Üben, durch regelmäßiges Wiederholen tatsächlich auch trainieren können. Und du sagst auch, die Ausatmung ist auch einfach wichtig, weil wir eben damit Giftstoffe ausatmen auch. Ja, und vor allem das betonte Ausatmen ist wichtig. In unseren verschiedenen Atem- und Meditationschallenges sprechen wir immer von der 4-7-Atmung, der ganz banalen, einfachen Atmung, wo wir durch vier Atemzüge durch die Nase einatmen und bis sieben zählen beim Ausatmen. Also bis vier beim Einatmen, bis sieben zählen beim Ausatmen durch den Mund. Und das aktiviert die sogenannte Vagusbremse. Leid entsteht, wenn die Vagusbremse nicht funktioniert. Vagusbremse heißt, es ist ein Teil unseres autonomen Nervensystems. Nerven, die genau definiert sind. Und dieses Nervensystem können wir aktivieren durch langes Ausatmen. Einatmen aktiviert den Sympathikus. Kann ich jedem, der das gerne verstehen möchte, im EKG zeigen. Diesem Stress-EKG, das wir bei jedem Co-Patienten als allererstes machen, der zu uns kommt. Da sehen wir, Einatmen aktiviert den Sympathikus. Ausatmen aktiviert den Parasympathikus, den Vagusnerv. Das ist ganz banale Physiologie. Das lernen wir im ersten, zweiten Semester an der Uni. Und wenn wir das Ausatmen betonen, stärken wir den Vagus-Tonus. Und das ist das, was wir alle besonders brauchen. Ein Gegengewicht zur Adrenalindominanz. Eben ein Vagus-betontes Alltagsleben. Ja, also mit der richtigen Atmung können wir tatsächlich eben auch unsere stillen Entzündungen in den Griff, besser in den Griff bekommen. Wer das tatsächlich mal unter richtiger Anleitung auch ausprobieren, umsetzen will. Und wir alle wissen ja, es sind ja immer die Gewohnheiten, die wir auch in unserem Alltag etablieren müssen. Nicht nur ein, zwei Mal ausprobieren und dann wieder vergessen, sondern wirklich auch dranbleiben. Wo findet der oder diejenige dazu Informationen von dir? Ja, wir haben eine 28-Tage-Vagus-Challenge, die wir gerne über dich verlinken können. Da führe ich mit meinem Freund, mit meinem Yoga-Freund, Riem Rittinger, durch ein 28-Tage-Vagus-Trainingsprogramm, wo wir Durchatmung und verschiedene Vagus-Flow-Übungen, die genau definiert sind, wo wir dadurch diese Challengen durchführen. 20 Minuten Zeit am Tag, 28 Tage. Ja, also auch nochmal sehr spannend, was wir tatsächlich mit dem richtigen Atem, mit der richtigen Atmung eben machen können. Also die Vagus-Bremse wieder stimulieren, so wie du sagst. Also auch nochmal ein tolles Tool, so will ich es mal eben ausdrücken, um eben selbst auch aktiv was gegen unsere stillen Entzündungen zu tun. Lieber Ingfried, ich danke dir sehr für diesen tollen Impuls. Sehr gerne. Ja, ich danke dir.